Musik 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 Wie lange dauert es, Frau? Wie lange? Na ja, man sagt, ungefähr so ein Vöglein, zwei Stunden mit den Klöppeln, so ungefähr, ne? Dann müssen die Klöppel erst gedickelt werden, dann wird das nochmal kurz eingesprüht, also gestärkt, damit es wieder steilt wird und dann die Nadel abmacht. Und Farben, wie machen Sie das? Wissen Sie vorher schon? Ja, also ich glaube, wenn ich Klöppel, bei mir kommt die Idee, dass ich Klöppel, also wenn ich eine Kirche klöppel, ich weiss bei der Nadel nicht. Ich fang mit dem an, was ich genau. Ich habe nie eine falsche Kontrolle. Es ist unterschiedlich, manchmal muss man schlucken, wie es aufgenommen wird. Das ist manchmal für mich bestätigt, es geht dann ganz ökologisch nach Hause.